Willkommen zurück hier bei Bioshock Infinite Und wir haben es endlich geschafft, wir sind auf dem Lackschiff von Pogstock Und jetzt geht es darum, dass wir hier den Laden aufmischen Und hier nach oben kommen Das heißt, wir müssen uns jetzt Etage für Etage durchcampen Blöder Raketenautomat trifft halt gar nichts, ne? Was gibt's nicht? Komm raus! Nein, ich suche jetzt erstmal hier ein bisschen Munition Hier, Effekt! Sehr gut! Full Ammo! Full Ammo! Und hier gibt's noch ein... Achso, hier gibt's die das von... So ein Gerät zum Upgraden von Zaubern Und hier hoffentlich noch irgendwo... Irgendwas... Hier gibt's die dicke Muni Ja, Mann! Ah, okay, gibt's das Waffen Upgrade So, und was wollen wir denn noch upgraden? Können wir nehmen auf den Schadensboost mit Dann haben wir den Panzerfaust auch voll Und... Was können wir denn noch mal nehmen? Präzisionsgewehr... Feuerratenboost... Weniger Rückstoß... Das ist doch mal gut Okay Brauchen wir Geld? Lockpicks? Ja, Geld nehmen wir gerne Ah, wird aber leider nicht reichen Gut, ist aber nicht schlimm So, das heißt, wir kämpfen uns jetzt hier noch ein Stück durch Zieh die Schlinge zu! Zieh die Schlinge zu, sagt er! Oh, die haben wir jetzt nicht gepresst, ne? Ja, hinterher! Zieh sie! Oh, welche? Wenn wir diese Kapseln wegschaffen, könnten wir damit auf die oberen Decks gelangen Oh, das werden wir auch gleich machen, aber wir haben gerade ziemlich Munition rausgeblasen Dementsprechend werden wir hier mal schnell So ein bisschen Nachschub holen Das heißt, wir gehen wieder zurück Ja, das ist mir schon klar Na Ne Mein Gott, ey So, also, hier rin Hier rin, hier rin Munition! Munition! So, Karabiner Lass jetzt mal das Salvenbeschütz mal liegen Wir nehmen jetzt mal den Karabiner mit Weil ich komm irgendwie mit den Dingern besser klar, als mit dem, mit diesen Sprengladungen Okay, so, also drücken wir mal den Hebel Die Sache ist, was hat er denn mit denn vor? So waren wir sie frei Ich habe die Saat des Feuers gesehen, die das Sodom unter uns auf das Kommen des Herrn vorbereiten wird Aber nicht ich werde das Banner den Berg hinauftragen Diese Aufgabe obliegt dir, Elisabeth Okay Sie obliegt dir Ah ja Die Skyline ist frei, Buka Eu Sehr schön Kaisi, die Kopf ab! Kaisi, die Kopf ab! EG Oh, nein EG Mehr von euch, bitte EG 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 Geil, alles mit einem Schuss Alles mit einem Schuss So, da unten war noch ein Räubchen Mit, äh, einem Schloss Machen wir das mal auf Gucken, was wir hier noch für uns finden Bitteschön Dankeschön Dankeschön Okay Was haben wir denn hier noch Schönes? Ist hier noch was? Oh, Ausrüstung Cool Sehr schön Geisterposse Gute 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 Okay Äh, das nehmen wir nicht Das nehmen wir nicht Das nehmen wir nicht Das brauchen wir nicht nutzen Ich hab Geld gefunden Danke! Ja, nehmen wir Äh, Gold, Geld Hallo? Was ist für eine Frage? Bedarf Natürlich So Oben war irgendwie noch ein Automat Womm Äh? Achso, hier müssen wir hier lang Bisschen verwirrt Bisschen verwirrt Ein Dollapil Ein Dollapil Sehr gut So, Munition Für Salbe brauchen wir nicht Das haben wir Das haben wir Das haben wir Äh, Carabiner 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 Wo ist der Carabiner? Hier ist der Carabiner Lockpick 26 Übel, ey Ja, diese Teile, ne Die sind ja krass Vor allem mit der Fresse Von dem Typ auch noch, ne Hat er sich mal verewigt Der Herr Comstock Okay, hier gibt's ein paar Knarren Hier ist der nächste Hebel Oh, hier haben wir noch ein Schloss Schön Echt? Dieses olle Schloss? Dieses olle Schloss? Ja Klar, warum nicht? Danke Mache öff Geh durch Okay, hier haben wir noch ein bisschen Munition Gibt's hier noch was? Wahnsinn Also die haben wirklich so viele Details Oh Unfassbar ist das Unfassbar Oh, ein Oxfone Unsere Vorrichtung zeigt uns Dass das Mädchen die Flamme ist, die die Welt entflammen wird Mein Bruder sagt, wir müssen das was wir getan haben ungeschehen machen Aber die Zeit gleicht eher einem Ozean als einem Fluss Warum versuchen eine Flut zu erzeugen, die doch nur wieder abeppen wird? Oh Oh Oh, links und rechts, äh, boxes Oh, die kommen wahrscheinlich jetzt hier ein bisschen näher, ne? Oh, kacke Oh, schacke Ich weiß nicht Warum sinken die so langsam? Ich weiß nicht Ja, ich weiß, das ist auch nicht Wir müssen abwarten Äh, finde ich gerade überhaupt nicht cool Ein Viertel der Kapseln ist weg Oh, man, hier kommen wieder ganz schön viele Vorsicht, der Transporter Die Hälfte haben wir Geht hier Andere Seite noch Und den Oh, hier Abwechern Good face Ich bin Biltel Ich bin Biltel Ich bin Biltel Wie ist denn der Biltel? Was denn der Biltel hat? Er ist die Biltel Er ist die Biltel Ich bin Biltel Scheiße, Kruppi! Ernst, alles! Ich hab nichts gefunden! Ich hab nichts gefunden! Ich hab Salze gesehen! Ich hab Salze gesehen! Salze! Oh, noch einer, ey! Die werden sich nicht verheirn, ja? Ja, 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 ja! Alle! Alle! Du, du bist frei! Macht euch Fick! Ach! Gott, das will ich jetzt! Boah! Hier ist was los! Hier ist was los! So, wo's in meinem G da? Ah, war grad rausgefeuert! Okay! Jo, danke! Mach ich, natürlich! So, die Strecke ist frei! Das heißt, wir werden uns jetzt nach oben begeben! Aufs nächste Deck! Und... Hopp! Es mag sein, dass ich sie besiege, David! Aber sie hatten immer schon einen Hang zur Selbstzerstörung! Wer weiß! Vielleicht kommen sie mir ja zuvor! In den Deck 3 betreten! Auf geht's! Ein Deck noch! Ein Deck noch! Ein Deck noch! Nein, ich komme mit! Genau! Weil ohne unsere, äh, Lüsebeth... ...hättest du keine Chance! Oh ne, ich haß diese Viecher! Wo bist du hin? Ja, gute Frage! Nächste Frage! Zack! Immer aufs Herz! Immer aufs... Herz! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Mach mal auf hier! Aaaaaaah! Äh... Äh... Leben! Aaaaaah! Boah! Fuck you, ey! Keine Salze! Keine Salze! Keine Salze! Jo, danke! Nehm' ich! Sorry, mehr hat's nicht! Boah! Ich besiegt! Spass! Noch einer! Oh man, ich hasse diese Viecher so! Guck mal noch irgendwo ein! Ja, dahinten! Hinterher! Brüssel! Ja! Und weg! Ja, weg! Und weg! Da oben ist noch einer! Oh man, ey! Wer? Ich? Zweifelig! Das ist bezweifelig! Das ist bezweifelig! Holla die Wand 4! Ei! Das Zepp ist natürlich hier schon ein bisschen krass, ne? Also was hier so grad abläuft, ist nicht übel! So! Jetzt haben wir hier uns erstmal durchgefightet! Ohm! Und gehen mal weiter! Ich hoffe wir finden hier noch eine Infusion oder so, das wäre ganz cool! Oder auf jeden Fall mal noch ein... ...n... 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 ... Medicaid? Diese Skyline bringt uns zur Kabine des Propheten! Sehr gut! ... ... ... ... ... ... Oh, das ist toll! Danke! So, das heißt wir gehen mit relativ wenig Ammo in den... ...denk ich mal finalen Teil! Ich weiß es nicht! Wir werden es sehen! Aber wir nähern uns Comstock immer mehr! Und da sehen wir dann wie es weitergeht in der nächsten Folge! Bis dahin! Vielen Dank fürs Zuschauen! Macht's gut! Und Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü